Was geht ab, was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier. Vom 7.6. jetzt der Shop am Start. Wir schauen einfach mal rein, was heute kommt. Let's go. Okay, ähm, interessant, interessant. Ähm, schauen wir uns gleich nochmal an, ne? Wir gucken erstmal so, ey, hier und da gibt's ein paar Sachen so. Okay, okay, paar Pakete sind wieder zurückgekommen, wie ich sehe. Ansonsten fangen wir doch mal hier unten beim Schattenschlagpaket an. Das Schattenschlagpaket ist nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Alles, was ihr sehen könnt, ist, denke ich mal, klar. Ich finde tatsächlich den Schattenmecha-Anführer hier viel besser. Den Arche-Type ist auch richtig nice. Den unten fühle ich jetzt persönlich nicht so, sage ich euch, wie es ist. Dann schauen wir uns jetzt hier im täglichen Bereich die Emotes an. Shaolin Sit-Up ist ein cooler Emote, nach 73 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir Zusammenreißer, finde ich jetzt nicht so nice, nach 70 Tagen wieder zurück. Dann haben wir hier oben Holoscan als Lackierung nach 35 Tagen wieder zurück. Ist eigentlich ganz cool, feiere ich. Dann haben wir die Überlebenskünstlerin nach einem Monat wieder zurück. Kann man machen. Ist halt jetzt nicht so ein Skin, wo man sagt, boah, geil, der hat viel Farbe, der sieht exotisch aus. Der ist halt sozusagen komplett 0815. Dann geht's eigentlich auch schon weiter. Und zwar haben wir hier Feuerläufer. 1200 V-Bucks nach 113 Tagen wieder zurück. Ist kein Skin, den ich jetzt persönlich aktiv spielen würde. Feiere ich nicht. Dann haben wir hier Nachtleben, wie ihr sehen könnt. Meiner Meinung nach jetzt nicht der beste Emote. Ist relativ langweilig, finde ich. Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht. Eure Meinung dazu auch gerne unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und ich persönlich fühle die Lackierung nicht so. Dann gehen wir einmal hier nach oben. Omen und Fate sind wieder zurück. Beides nach gleichzeitigen Tagen wieder da. Omen ist bekannt. Fate ist bekannt. Beides nicht mein Typ. Feiere ich tatsächlich nicht. Rückenansensort war damals mega geil. Was ich hier euch empfehlen würde. Der Gleiter ist okay. Ansonsten nichts wirklich. Nach einem Monat wieder alles zurückgekehrt. Dann geht es eigentlich auch schon weiter. Hier oben haben wir ein paar interessante Sachen. Die ganzen Dinosaurier Skins sind wieder zurück. Kristall und Bronto. Beides eigentlich ganz nice Skins. Nach einem Monat wieder zurück. Kristall echt nicer Charakter. Feiere ich optisch richtig, richtig nice. Spitzsack und Gleiter sind ebenso bekannt. Dann haben wir hier einen Kollegen, den ich persönlich extremst feiere. Und zwar den Aktienkurt. Den werde ich mir noch kaufen. Definitiv. Der wird denke ich mal noch öfter reinkommen. Da war jetzt zuletzt vor einem Monat drin gewesen. Sechsmal insgesamt im Shop. Geiler Skin auf jeden Fall. Auch cooles Rückenansensort. Richtig, richtig nicer Skin. Dann haben wir hier neu einmal den makablen Meister. Sieht auch interessant aus. Auch günstig. 500 B-Bucks muss man sagen. Ansonsten haben wir dann hier nochmal den Skin an sich. Den Skin finde ich jetzt nicht so cool, Freunde. Da fand ich, wie gesagt, die Spitzsacke nicer. Rücken-Accessoire ist auch vorhanden. Rücken-Accessoire ist in Ordnung. Aber auch nicht so cool. Und wir haben ebenso ein, ja, wie ihr sehen könnt, ein Ladebildschirm mit dazu. Könnte man sich mitnehmen. Müsste man selber wissen, ob man da Lust drauf hat. Ich persönlich finde das jetzt nicht so cool. Wir gehen auch nochmal in den Ready-die-Welt-Modus und schauen uns an, was da daraus in der Wildnis so abgeht. Freunde, noch einen Tag, also 24 Stunden grob und ein paar Stunden obendrauf. Dann, Freunde, werden wir die neue Season erhalten. Ich bin gespannt, was da draußen in der Wildnis so abgehen wird. Fernkampf war von Lama 200 B-Bucks am Start. Ansonsten im Gegenstandshop ist weiterhin alles gleich geblieben. Freunde, das soll es auf jeden Fall soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen da lassen. Ansonsten wäre ich da mal raus und würde sagen, Freunde, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein, geht ihr mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Outro 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 Vielen Dank.